Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe euch geht es gut. Wir spielen heute mal wieder Rainbow Six Siege. Ich habe gerade Twitch ausgewählt und wir sind direkt in der Runde. Perfekt, ja. Würde ich mal sagen. Was sind die denn? Ist die unten? Ach die sind unten. Okay kommt, egal. Nach langer langer Zeit habe ich mir gedacht, spüren wir mal heute wieder Rainbow Six Siege. So, ich habe gedacht, kam ich schon lange nicht mehr, da wird es mal wieder Zeit. So, warte mal kurz in die Drohne einsetzen. Oh, f**k. Wer tut mir? Okay, da geht's. F**k. 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 So Leute, weiter geht's. Bin ja mal gespannt ob wir diese Runde auch Reinkill machen und diese Runde mal vielleicht gewinnen und nicht verlieren. Wir werden es einfach mal sehen und hoffen natürlich, dass wir gewinnen. Gucken, wo das Farbbehältnis ist. Keine Ahnung. Und hierher. Ja, auf der Toilette. Da ist er bestimmt. Ich sag's euch. Hier sind sie drin. Okay. Der einen wurde fällig und fällig aktiviert. Kommt hier ums Heider an. Ich schaue jetzt ums Heider an. Hier ist es eine Art und Weise. Hier ist es ein Zeug. Hier ist ein Zeug. Hier ist es ein Zeug. überwaff Scheiße Da ist ein Gegner, geht dort hin Muss aufpassen, dass ich nicht sterbe Können mich wieder hoch holen vielleicht Ehre Ehre Was haben wir noch? Ich pack das mal ein Bot Scheiße Okay da 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 Lenden Ja wir haben gewonnen Läuft Perfekt Wir haben sogar zwei Kills gemacht, läuft Und leider unseren eigenen Teammate eliminiert, aber das ist eine andere Sache Wie ein Impuls Träume die ja nie, Träume die Perfekt Okay Alle legen auf Schnellschutz Finde ich gut Gucken ob er das auch gewinnen darf Und natürlich jetzt für der Musik kommt Der Grund Ja tut mir leid Das war eigentlich, ich weiß nicht, dass ich den Teammate abgeschossen habe, aber Egal Hier noch mal die Karte aufrichten Hier auch noch einer Hier auch zu Dann haben wir auch zu, weil sonst können wir ja hier reinkommen und ja Okay das auch zu Hier auch zu Dann haben wir auch zu, weil sonst können wir ja hier reinkommen und ja Hier auch noch zu Ist gut Feind identifiziert Okay Hier ist keiner Oben Von rechts Nichts Als ob der da war Daran hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der da steht Oh mein Er hat mich halt komplett weg gelasert Also Wie ist der In der Die In der Toll Ich Aus In der In der In der In der In der In der Also, ich kann jetzt nichts markieren. Ach man, ich wollte markieren, wo der Gegner ist, aber der lässt mich nicht. Bitte verkack es nicht. Geht auf da hin. Ja, moin. Das ist nicht derjenige, deswegen habe ich die Runde verloren. Erstens, weil er abgeschossen worden ist und weil der Bereich gesichert worden ist. Kommt auch geradezu. Ach, Matchball für uns. Was auch schon fertig? Das läuft ja. So, hier nehmen wir da Puls. Perfekt. Ich hoffe, wir verkacken dieses Mal nicht. Beziehungsweise, wenn ihr mich verkacken, habt ihr mehr vom Video. Aber ja, das war andere Sache. Und wenn euch das Video an dieser Stelle gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Okay. Der Lichter. Dankeschön. Dankeschön. So, hier würde er zumachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Egal Egal Okay die kommen jetzt Lass hier etwas besser so Lass hier Hier der Sina Mann! Hä? Wo kann man werden? So, er war da. Ja, er hat mir einfach einen eiskalten Hatch gegeben. Ach, die hatten den Matchball? So, ja, alles klar, man kennt ihn. So Leute, das soll es dann aber auch jetzt mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn es so ist, lasst doch ein Like da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst doch auch gerne ein Abo da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Das war's mit dem Video, ciao. Konnichiwa. 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 Konnichiwa.